Deutschlandfunk 22 Uhr, die Nachrichten. Im Deutschen Hörfunk endet kurz vor Mitternacht die Ära der Mittelwelle. Der Deutschlandfunk wird am Abend seine Ausstrahlung über die Mittelwelle beenden. Alle ARD-Radiosender hatten dies zuvor schon getan. Auch auf Wunsch der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Medien sollen die Gelder für die Verbreitung stärker in das Digitalradio investiert werden. Die Mittelwelle deckt im Hörfunk den Frequenzbereich ungefähr zwischen 530 kHz und 1600 kHz ab. Beim Aufbau des Radios in Deutschland spielte sie eine wichtige Rolle. Mehr Informationen dazu und über alternative Empfangswege finden Sie auf deutschlandfunk.de. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Die Mittelwelle deckt im Hörfunk Und der